So, Hallöchen Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Crypt of the Necrodancer. Ähm, jo, Part 20, Herr Leitzberg hat ja schon angekündigt, weiter macht er nicht. JEP! 20, das ist definitiv der finale Part, egal wie weit wir kommen. Wir können jetzt den 24-Stunden-Part raushauen. Nein! Nein! Geht so lange wie YouTube-Videos überhaupt, ja? Warum haben wir uns keine Items gekauft? Haben wir. Ach, haben wir! Hier. Okay. Ja, der finale Part, das ist soweit. Oh, hi! Au! Was war da? Hahaha! Das war explosiv! Denkt er sich auch! Ah! Die, die... Hallo Spinnen, ich hab die jetzt nicht gesehen. Geht mir öfter so. Moment mal, das ist das Ding, das nicht boomt. Feuerzauber, Schriftrolle, yeah! Yeah! Was hab ich denn eigentlich für eine Waffe? Ah, ich hab einen Landschwert! Warum hab ich einen Landschwert? Ja, weil wir Zeug gekauft haben. Äh! Was ist das für ein Amulett? Das glaube ich gut ist. Das ist nicht gelesen. Ja, weil du einfach drüber gehst, ohne zu lesen. Ja, weil du einfach drüber gehst, ohne zu lesen. Wie ich ihn wieder save, ne? Und zweimal Geld rip. Schau Geld. Ohhhh! Das war's kill! Fucking Golem, alter! Ich verschwinde doch! Oh ne, ne, nach so'n Geist. Da hinten kommt gleich ein zweiter, ja? Schau! Warum gube ich eigentlich mit dem Dolch besser zurecht als mit allem anderen? Nein! Das ist traurig! Echt, weil du den schon als öfter salvertest? Vermutlich. Ab öfters? Nicht als öfters? Was? Habe ich Blutwaffe? Achtung, Beam! Oh. Äh, nein. Ich kann mal die Blutwaffe holen, wenn man Fleisch zünden. Jo, das ist uns sicher eine gute Idee. Ist das ein Goldbreitschwert? Ich habe einen Blutbogen bekommen. Nett. Jetzt schau ich noch was da rein. Ah, nein. Warte, jetzt. Krone da drin. Was macht die? Äh. Zehn Kills gleich Heilung. Aber die macht Damage. Das heißt, ich erst jetzt mein Fleisch sammle die auf. Wo macht denn die Damage? Macht ein halbes Herz Damage. Ja, dir ein halbes Herz Damage. Boah, das ist wichtig. Da ist mein Schwein. So. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja, unten 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 unten. Achso, sie ist schon offen. Na ja, ganz egal. Hier gibt es nichts mehr, ne? Ich glaube auch nicht. Oh nein, der Grubenhelm. Ey, der Helm. Du liebst die Spinne. Ja. Hm. Was war das jetzt seltsames? Du hast durch den Ritter den Ding getötet. Dadurch wurdest du durch den Ritter durchgebildet. Macht Sinn. Macht sowas von Sinn. Alter, diese Ritter sind so random einfach nur. Schon. Oh, mein Lieblings Ring. Macht keine Schaden. Nichts für mich. Waren wir die Gegner? Da ist das Re-Wive-Ital. Hast du noch eine Bombe? Ich habe keine Bombe. Oh. Aber warte mal, da ist doch der Graben. Ja, dafür brauchen wir auch eine Bombe. Ah, warte, warte, warte. Das kriege ich gedeichselt. Ups. Ha, dieser macht wieder Dinge. Ups. Ups. Ich lasse mich vom Spinnen hinten. So, jetzt habe ich... Shit, jetzt muss ich mich nochmal hinten lassen. So. Yeah. Jetzt habe ich ein zweites Leben. Ich habe noch keine Fatten. Das ist doof. Oh. Hm. Ach, du hast den Blutbogen. Ach so. Ja. Ich heile mich jetzt doppelt. Ich habe alle 10 Kills, heile mich durch die Waffe und durch die Krone. Was zwar lustig ist, aber nicht wirklich okay. Also Death. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Gegner ist. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Das ist mal lustig. Schon. Du bist doch endlich mal tot da hinten. Wow. Meine Güte. Geh mal Job. Er wird kill erst mal. Oh, und schwere Rüstung. Oh. Ich glaube nicht, die Rüstung stackt. Kann das sein? Wirklich? Dann hast du jetzt die zweitbeste und die beste Rüstung dran. Ich würde gerne diesen Goblin finden und töten. Ich sollte den Bossraum nicht riskieren. Ja. Boah. Du hast def wie sonst was. So. Großraum ist schon mal entschärft. Ja, ciao. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Habe ich den Schild in den Feuerzauber? Ein Feuerzauber, glaube ich. Zwei Affen. Wo bin ich? Was ist passiert? Wow. Wurde ich jetzt verprügelt. Das war unfair. What the fuck? Ja, ich bin tot. Okay. Geiler Run. Einfach implodiert. Was? Weil mir irgendwie random irgendwo hingebeamt wird. Ja. Alter, der Defner ist real. Ja. 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 Dieser Ritter nervt. Was war das denn? Durch eine Bombe ein halbes Herz Schaden übrigens. Ist das schon irgendwie cool? Ja. 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 Jetzt ein Fleisch. Wirklich cool. Kann ich den einschauen oder zwei? Ah, ich weiß warum wir vorhin gebeamt wurden. Die Affen haben zwei Hits. Na gut, das ist ein Herz. Das hier ist aber nicht schlecht. Zumindest mach. Achso, ich habe ja noch ein Leben fällt mir auf. Wenn ich sterbe, werde ich wiederbelebt. Ah. Ist gut. Ja. Das war gefährlich übrigens. Ja. 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 Dann müssen wir mal machen. Hm... Hm? Hm? Huh? Mein Gott! Kilo, dieses Göttetier! Nicht so einfach! Bomben? Sologan vorbereiten? Ja, das wird wieder darauf wieder auslaufen! Bombe für Bombe? Das war gut! Ciao! Hey! Jetzt sind wir wieder hier! Oh Gott! Mit der Bogenwitz ist aber auch geil! Wow, das war jetzt ungeil! Wow, ist das ungeil! Wieso? Oh Gott! Oh Gott! Ja! Den Schaden, den ich bekomme, habe ich wieder geheilt! Okay, ruhig jetzt! Yo! Yo! Erstmal das Bonnie triggern! Ich gehe mit Juta vor! Ich gehe mit Juta vor! Okay, jetzt geht es gleich rund! Ja! Dann war ich schon mal bereit! Huuu! Ja gut! No! Ja gut! Huuu! Huuu! Jetzt musst du nur noch leben! Jetzt muss ich nur noch leben! Achso, Deddy´s Herz wurde auch geklaut. Nix da! Huuu, follow my lead! In diesem Falle? Die Schriftrolle bringt nichts. Das ist langsamer, ich habe einen langsamer, danke. Da ist mein Bogen natürlich besser. Nein, theoretisch bin ich unsterblich, weil er endlich Gegner spawnt und ich mich unendlich heile. Meinst du? Theoretisch. Ok, Dicta ist kein Problem. Oh Gott. Alles was ich tun kann ist Minions killen. Das ist ein guter Job. Ich schleiche mich halt von der Seite an. An dem Ekelhaften. Ich schleiche mich an, dann kommt der Melotaros wieder oben. Ach komm. Ich bin ganz still übrigens. Ich auch. thou Waltz. Das war ein goldener Luft. Da ist das? Es war ein dukliess. Es war ein goldenes Wagen. Eh, das war ein dukliesslich. ich jetzt noch muss kommen da ich rast aus bitte grad jetzt gibt mir einfach die credits auf letzten drücker was geht denn das ist mir trotzdem noch durch zu dem ende gekommen ich fass es nicht ich glaube nicht dass das endgültige ende war das ist aber mein ende ich sehe die credits hallo damit bin ich vollkommen zufrieden der herr die taten ich finde es anstrengend wie sonst was ich schwitze beim spiel das ist nicht normal aber ganz ehrlich allein nein für mich auf keinen fall zu zweit ist relativ cool aber allein nein das war arbeit der titan hat gerissen ich fasse es nicht ich habe den jemals gesehen ja der war in diesem eis in der zone 3 das sind ganz ohne zwei gegner ja man was ist denn was ich nicht weil ich weil wir die gefilter haben acht legato ja stimmt man kann den shop owner töten kriegt mir irgendwas keine ahnung wo wir haben es geschafft leute im zwanzigsten war im zwanzigsten part ich wollte beenden und tippe endlich auch zwar mit dem positiv ehrlich nicht gedacht also ganz ehrlich ich hätte ich habe nicht mehr daran gedacht was fang you fang you very much coole gegner naben Ohi, ohi, ohi. No Name. Super. Always-Kriege-Rapper. Trololo! Ich mag dieses Spiel. Hatten wir eigentlich alle zwischenborschen? Man vs. Game! Hey, kenn ich sogar. Wollt's testen, oder was? Ja. Komm, den Riff! Den hatten wir auch nie. Ihn hatten wir. Genau. Nein! 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 Das habe ich jetzt nicht gesehen! Ich sah nur so viel daher, die Tat hat noch eine Ankündigung zu machen. Jo. Aber nach den Credits. Oh, ich bin fix und fertig. Danke. Mir reicht's. Mir reicht's mit diesem Spiel. Boah. Ja? Gleich rum? Sieht so aus. Boah, Leute! Ich weiß echt nicht, was ich über dieses Spiel halten soll. Einerseits cool, andererseits... Boah! Ich find's... Und? Jetzt noch ein Boss kommt! Schreich! Ah! Ich fand's eines der witzigsten Spiele seit langem. Nee, das ist vorbei. Neue Charakter unlockt! Wenn Melanie freigeschaltet hat, hat sie Geschichte vor und löse das Geheimnis. Was funktioniert das jetzt? Nein, ich will doch! Können wir uns gegen sein Level des Todes schicken? Jaaa! Wie wäre es mit dir? Ne! Gibt's Neue? Neue ist du? Neue ist du? Oh. Na schon mal nicht. No. No. Nö. Ja, gut. Wir haben's durchgespielt. Haben wir! Ja, also das kann uns keiner nehmen. Wir haben es durchgespielt. Und jetzt lasse ich den Antitan mal seine Ankündigung vollziehen. Gut, die Ankündigung ist jetzt weniger spektakulär, weil wir es geschafft haben. Was ich nicht erwartet hatte. Ja, ich auch nicht. Aber dieses Spiel kommt jetzt mal auf meinen Channel. Denn ich will das mal im Singleplayer zocken. Oh Gott. Weil ich glaube im Singleplayer zum einen ist es schwerer, weil man alleine ist. Es ist aber auch einfacher, weil man seine Ruhe hat. Und nicht irgendwer am Seitenrand stirbt und einen outscrollt und Dinge tut. Und das will ich mal ausprobieren. Warte, du runst versaut? Ja, genau. Das will ich mal ausprobieren. Darum werde ich das auch zocken. Ich werde ja vermutlich jetzt nach diesem Training relativ easy durchmarschieren. Sachter. Bis Zone 4 halt. Was aber auch interessant wird. Ich möchte halt die Story ein bisschen spielen. Ich möchte mal zeigen, was hier so abgeht. Du kannst vor allem mal Charaktere zeigen. Genau. Und das habe ich auch vor allem alle Charaktere durchprobieren. Ich würde mich auch mal interessieren. Ne. Und Katzonen mit denen spielen. So, das ist so mein Ziel. Und jo. Dann geht es bei mir weiter. Ich weiß noch nicht, es wird nicht direkt am Anschluss hier weitergehen. Ich habe noch ein paar Projekte. Muss mal schauen, wie ich das dazwischen quetsch. Klappt schon. Aber das war nicht die letzte Folge. Ich bin Necrodancer auf unseren Channels. Ja. Also, von meiner Seite war es das jetzt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt. Auf dem Hermditan sein Kanal geht es weiter. Irgendwann. Soon. TM. Eher soon. Rechtsaus TM. Und ja, bis dahin würde ich sagen. Mir hat es eigentlich Qual mit dem Hermditan. War lustig. Ja, endlich mal wieder together. Dann haben wir schon ewig nicht mehr. Ja. Das wissen wir was wir machen. Das war cool. Aber ich bin fix und fertig. Neulich. Ich kann nicht mehr. Dieses Spiel hat mich altern lassen. Viel. Okay. Ja. Und jetzt würde ich sagen. Man sieht sich dann im nächsten Projekt. Wieder noch irgendwelche letzten Worte. Also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.